Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin, MV1 und aller anderen angeschlossenen europäischen privaten Rundfunkstationen. Hier ist wieder euer Bauer Call mit die beliebte Sendereihe. Was denken wir, wenn wir an das jetzige Wochenende denken? Letztes Wochenende, Ostern, da war hier ja noch 20 cm Schnee. Und jetzt geht die Sonne auf und das nächste Wochenende wird richtig schön. Und da will euch Bauer Call mal einmal ins Gewissen reden. Ist es nicht mal an der Zeit, jetzt im Frühjahr, wenn das Wetter so mitspielt, einfach sich nur in Mechlenburg-Vorpommern des Lebens zu freuen und nicht drüber nachzudenken, was wird uns die neue GroKo zumuten, wer hat jetzt den Russen in England vergiftet, mit welchem sowjetischen Kampfstoff, den jeder kennt, aber keiner hat, keiner weiß, wo er herkommt, aber jeder weiß, wer schuld ist. Oder mit dem blöden Trump, der uns in einen Wirtschaftskrieg zieht, die Chinesen geben ihm die Steuern und er den Chinesen wegen der... Na, ihr wisst schon, das ist doch alles Blödsinn. Da sage ich, lass das mal gehen, das Leben ist viel einfacher und wir freuen uns über ein herrliches Wochenende. Da haben wir mehr für den Weltfrieden getan, als so manch ein böser Politiker. Hau hin und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Übrigens gibt es keine guten oder schlechten Parteien, alles nur Machterhaltungssysteme. Das war unser Held vom Feld. Bauer Kohl's etwas anderer Wochenrückblick.